Ja, bei 5 Elements geht es nun weiter mit unserer Kempo 5.0 Reihe und zwar folgt nun Part 2. Vergesst nicht, liken, sharen und abonnieren. So, ich versuche, aber er blockt es. Okay, nächst. Er blockt es. Er blockt es. Er blockt es. Ja? Ja? Er nimmt eine Hand von der Karte, dann die Hand von der R continental. Aber ich losbeidee. Dann die Hände mit der R�, dann piecesst Du und ich losbeidee und dann schlalk das. Dann da die Hände her, dann stehe das. Dann geht es und ich losbeidee und losbeidee und dann wo die Hände. Jetzt meine Turn. 1-2-3-4 1-2-3-4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10